Willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit in einer Welt des Aberglaubens. Hier ist die Wahrheit rund um die knallharten Naturwissenschaften. Alles andere ist Pseudowissenschaft und Aberglaube und irrational. Ich habe mir wieder zig Videos angetan, zig Sendungen im Internetfernsehen angetan und es ist erschreckend, diesen ständigen, diesen Aberglauben und diese Irrtümer zu hören. Erschreckend sozusagen. Ja, dann nochmal ganz kurz zur Erinnerung an alle, aber dazu machen wir das Tagesbild. Sozusagen, wo ist es? Das können wir so, ja. Ich glaube, jetzt sehen Sie es ganz gut so. Oh, ja, so lasse ich es jetzt einfach mal. Das Tagesbild. Ja, Finnland, also noch einmal ganz kurz abgehakt. In Finnland ist angeblich der Lockdown seit, sind alle Maßnahmen seit längerer Zeit aufgehoben und es ist nichts los. Sprich dagegen, dass es sich um ein Killer-Virus handelt. Wir haben angeblich ist in Indien und Afrika nichts los, obwohl die praktisch keine Lockdowns sich leisten können, weil sonst alle Leute verhungern würden. Wenn dann verhungern die Leute jetzt, aber mit Corona ist fast nichts los. Warum liegen jetzt dort nicht die Leichenberge? Warum kann man da jetzt? Und in Weißrussland, in Schweden hat Bundeskanzler Kurz, der jetzt wieder seine Österreicher gewarnt hat, weil er ja im Kopf hat, 100.000 Corona-Tote könnten ja noch kommen. Das glaubt er wirklich, ja. In diesem Irrtum, in diesem Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum des Mainstreams der Medizin befindet er sich. Und für Weißrussland würde das bedeuten und Schweden jeweils 120.000 Tote. In Schweden haben wir gerade mal 5.700 Tote ohne Lockdown. Und in Weißrussland total ohne Lockdown und so weiter, 600 angebliche Corona-Tote. Also alles eindeutige Hinweise, kein Killer-Virus. Kräftige Grippe. Ein sehr guter Taz-Artikel wurde erwähnt, auch von einer Sendung, die jetzt in der Playlist Nummer 3, also in der Playlist Nummer 3, wo ist das? Also wenn man hier so vorgeht, zum Beispiel hier News und Talks für Gebildete, man geht hier drauf, man geht auf Playlist, Playlists, dann geht man auf die Nummer 3 Playlists und geht ans Ende der Playlist, wo ist es? Und dann findet man die neuen Sendungen und hier zum Beispiel die Sendung, die Fassade des Corona-Konstrucks Bröckel, ganz sehr gute Sendung von Katharina Kati. Also ja, so sozusagen, wir haben immer in den Playlists auch die tollsten Sendungen, die es sonst gibt. Also hier gibt es noch mehrere andere Sendungen und so weiter. Also der Sender News und Talks veröffentlicht also nicht nur uns, sondern nimmt in die Playlist auch vieles andere auf. Ja, sozusagen, wo bin ich? Ja, hier, Tagesbild wieder zurück. Dann muss ich Ihnen noch kurz vorstellen, dass wir nachher die Tagesthemen haben. Heute unser Tagesthemen. Fridays for Future, ja, bei Kanzlerin Merkel angeblich am Donnerstag, dann Luisa und Greta. Darum wird es gehen, aber bei den Tagesthemen. Und Bodo Schiffmann haben wir ja auch gesehen. Wodak auch wieder in den Sendungen gesehen. Weiß Russland soll das hier heißen. Haben wir ja auch eben schon erwähnt. Ja, da geht es ja auch, übrigens haben wir schon mal am Rande erwähnt, bei Weißrussland geht es ja auch immer um das, was schon seit Wochen irgendwie Thema ist, wie weit sollte Weißrussland Gelder bekommen, geknüpft an die Bedingungen, dass sie jetzt endlich auch einen Lockdown machen. Denn im Prinzip ist ja so, eigentlich muss ja jetzt die weltweite Öffentlichkeit, Weißrussland, Schweden, Finnland, Indien und Afrika und Hongkong verschweigen, denn Diesel, da sind keine Lockdowns, in Finnland nicht mehr. Und da ist nichts los. Und sozusagen letztens hatten wir ja auch die Sendung, die ist ja auch in der Playlist, dass dieser schwedische Arzt gesagt hat, Corona ist für uns endgültig vorbei. Und eben, weil wir keinen Lockdown gemacht haben. Ja, und bei uns habe ich das Gefühl, das ist die endlose Geschichte. Eine Sendung zeigt ja ganz klar, dass eben, ja, wir können die unendlich Corona haben, weil die falsch positiven Tests alleine ausreichen würden, um immer wieder Ängste zu schaffen, in Menschen, die ja wirklich glauben, dass in Deutschland uns noch 900.000 Corona-Tote drohen könnten, wenn wir nicht alle so tolle Maßnahmen machen würden. Ja, dann nachher werde ich das auch durchgehen. Nochmal so die ganzen Irrwege und Teilirrwege. Ja, gut, dann also jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Ja, Gehirnwachstum, ah ja, ja, genau. Eine Kurznachricht, also aus der Grundlagenforschung noch einmal. Wir müssen uns klar sein, das Gehirnwachstum, warum haben die Bonobos kein Gehirnwachstum gehabt und wir hatten ein Gehirnwachstum, sind zwar mittlerweile wieder im Gehirnschrumpfungsprozess angeblich, aber warum hatten wir das? Ja, eben weil, sozusagen, ja, gehen wir mal drauf ein hier, Gehirnwachstum, ja, also, warum ist bei uns das Gehirn gewachsen? Weil eben zwei Dinge zusammenkamen. Die Technik-Hände-Evolution oder Technik-Organe, also, wo haben wir große Gehirne? Große Gehirne müssen ernährt werden. Das heißt, es müssen Organe da sein, mit denen auch größere Mengen an Nahrung clever, intelligent beschafft werden können. Also, entweder muss ein Tier einen guten Arbeitsschnabel haben oder wie der Elefant einen guten Rüssel haben oder wie die Orcas eine gute Gruppenintelligenz haben, also Gruppenkooperation, also, das nenne ich das kommunistische Element. Wir haben also entweder ein Technik-Organ oder das kommunistische Element. Und beide zusammen ermöglichen oder eines von beiden ermöglicht relativ große Gehirne, ja. Also, wenn die Delfine zusammenarbeiten oder auch der Delfin hat ja auch irgendwie ein Technik-Organ, sein Maul ist recht gut zum Rumfuhrwerken, auch im Boden und so weiter und kann vieles Technische leisten sozusagen. Und dann haben sie wieder große Gehirne, ja. Also, wenn das kommunistische Element und ein Technik-Organ vorhanden ist, ja. Und dann kann es wachsen, ja. Und dann brauchen sie wahrscheinlich noch so Rahmenbedingungen, die vielleicht die Bonobos nicht haben, dass man im Urwald eben sehr schwierig irgendwie Technik gestalten kann. Vielleicht gibt es zu wenig scharfe Steine oder ähnliche Dinge, die dann also sozusagen... Und außerdem brauchen sie ihre Hände noch zum Klettern in den Bäumen. Während hier, aufrechter Gang, ermöglicht dann die Evolution der Hände hin zu reinen Technik-Händen. Und das schon ermöglicht, dass man größere Gehirne auch, also wenn per Zufallsmutationen sozusagen größere Gehirne entstehen, dass die dann auch tatsächlich ernährt werden können. Dass dann also gute Ideen und gute Technik-Hände zusammen mehr Nahrung produzieren. Und das bedeutet dann das Überleben. Und das kommunistische Element, dass wir eben Gruppentiere sind, das kommunistische Element, dass wir Kommunen-Tiere sind, das bedeutet dann die Möglichkeit. Und dann bei uns Menschen, wahrscheinlich hatten wir in der Samar einen Zugang zu scharfen Steinen, zu viel Steinmaterial. Und dadurch war natürlich dann die Technikentwicklung möglich und vorgezeichnet. Ja, soviel zur Grundlagenforschung. Ja, so. Dann mal wieder, ja, dann war das große Thema wieder so, wie ist es mit diesen Zoonosen, also mit denen vom Tier auf den Menschen springenden Viren oder Bakterien oder generell Erregern aller Art sozusagen. Ja, und da ist dann wahrscheinlich entscheidend, ein Gefälle, gefährlich wird es eigentlich nur, wenn wirklich ein Gefälle besteht zwischen der Stärke des Immunsystems des Tieres verglichen mit der Stärke des Immunsystems Mensch. Nur das kann ja Probleme schaffen, sozusagen. Denn im Tier passt sich, sagen wir mal so, im Tier breiten sich nur solche Erreger aus, die mit der Stärke des Immunsystems ungefähr in Harmonie stehen. Ja, also ist der Erreger zu stark und das Immunsystem etwas schwächer, dann sterben die Tiere zu schnell und dann breitet sich das Virus nicht aus. Ist das Virus zu schwach und das Immunsystem zu stark, dann kann das Virus überhaupt die Tiere nicht befallen. Ist aber das Virus oder der Erreger ungefähr so stark, wie es parallel ist zum Immunsystem, dann kommt es zu einer dauerhaften, ja, Besiedelung quasi der Tiere und dann besteht für das Virus auch oder für die Erreger die größte Wahrscheinlichkeit auch, sich weiter zu verbreiten und dann eventuell auch auf Menschen überzuspringen. Und jetzt haben wir aber die Sondersituation, dass durch unsere krankmachende Ernährung, unseren krankmachenden modernen Lebensstil wir alle so immungeschwächt sind, dass es natürlich immer gewisse Unterschiede geben kann, ja, dass wir schwächere Immunsysteme haben als die Tiere und daraus ein Problem resultieren kann. Jetzt lautet natürlich die erste Lösung, dass wir natürlich mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege und den 20 anderen Reformen der nextscientistsforfuture.de mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten, die über die Verdienstzuschläge und Verdienstzuschüsseberechnung entscheiden, sodass wir dann also sozusagen dann wieder ganz starke Immunsysteme bekommen. Damit hätten wir dann den Großteil aller Probleme aus der Welt geschafft, wenn die Immunsysteme der Menschen wieder so stark werden wie die Immunsysteme der Tiere. Jetzt mag es angeblich, gibt es manchmal Sonderkonditionen, unter denen Tiere besonders starke und besonders intensive Immunsysteme evoluieren. Da kann es dann immer noch passieren, dass dann ein gewisses Gefälle ist zwischen einem sehr starken Immunsystem und parallel dazu sehr starken Erregern, die dann auf den Mensch überspringen und dann für sein Immunsystem vielleicht noch zu stark sein könnten, obwohl sie gesund leben und starke Immunsysteme haben. Aber gut, das muss man sehen. Also im Moment spricht ja eher dafür, dass wer sich gesund ernährt und gesund lebt, wie das Dr. Medrüdiger Dahlke so schön sagt, er nimmt an den Grippewellen nicht mehr teil, weil das seitdem er sich gesünder ernährt mit pflanzlicher Nahrung, seitdem hat er so starkes Immunsystem, dass er an den Grippewellen nicht mehr teilnimmt. Also auch bei Corona nicht größer gefährdet ist. Er hat es wohl gehabt, aber hat es eben ja auch relativ locker überstanden. Und ja, so, das war es mit dieser Seite. Und dann Dr. Klaus Köhnlein war wieder eine Sendung, nochmal eine Erinnerung. Also ja, er ist eben der Arzt, der das am deutlichsten sagt. Ja, ja, tötet Corona einen Menschen oder tötet die ärztliche Behandlung den Menschen? Ja, das sind die Stichworte Übertherapie, immunsuppressive Therapien, die also das Immunsystem schwächen und damit dem Coronavirus eine bessere Arbeitsmöglichkeit oder Tötungsmöglichkeit eröffnen. und das Stichwort aggressive Therapien. Also das, was für uns Naturwissenschaftler natürlich ganz klar ist, ist die Frage, wie tödlich ist unsere Medizin mit den Krankenhauskillerkeimen, mit den Infektionen in den Praxen, mit den vorteilbringenden Irrtümern. Ich deute es mal ganz kurz an hier. Ja, also sozusagen, wo ist es? Hier der erste Früharzt der Evolution und er sagt, ja, liebe Patienten, ihr müsst nur euren gesunden, naturbelassenen Lebensstil weiterführen, dann habt ihr so starke Immunsysteme, dann braucht ihr mich nicht. Und dieser Früharzt, der irrt sich total und sagt, nein, ihr könnt euch ruhig mit der modernen denaturierten Nahrung ernähren, das ist kein Problem. Das eigentliche Problem sind total gefährliche, winzige Tierchen, die man dann später Viren, Bakterien und so weiter nennen wird. Und diese, die sind total mächtig und stark und kräftig und deswegen müsst ihr, also ihr müsst einfach bei mir viele Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Antibiotika, Chemotherapien kaufen. Nur so könnt ihr gesund überleben. Also es ist ja eigentlich, eigentlich hättet ihr ja gar nicht überleben können, bevor ich aufgetaucht bin. Denn wie habt ihr das alles überlebt? Ohne meine Medizin. Und so dieser Arzt verkauft unheimlich viel. Er produziert ja auch die Kranken, indem er sie in die falsche Ernährung, in die krankmachende Ernährung hineinlaufen lässt. Aber diese Irrtümer erweisen sich alle als vorteilbringende Irrtümer und verbreiten sich dann eben wie eine Epidemie, breiten sie sich mit seinen Kindern aus. Er kann nämlich hier mehr als der andere, der gute Früharzt, der kann nur ein Kind jeweils ernähren und so weiter. Aber der kann dann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und das bedeutet also, dass unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung zwangsläufig sich Viren des Geistes vorteilbringende Irrtümer mit dem Erfolg der jeweiligen Berufsgruppen massenhaft ausbreiten und uns alle durch Seuchen mit Irrtümern, mit vorteilbringenden Irrtümern für die jeweiligen Berufsstände und Berufsgruppen und so weiter. Und damit ist bewiesen, dass notwendigerweise die moderne Medizin und Pharmazie für uns eine der größten Bedrohungen unserer Gesundheit sein muss. Dr. Med, Gerd Reuter mit TH, das ja auch vorgerechnet, wie unsere Medizin immer deutlicher tötet und mit zu den Haupttodesursachen überhaupt gehört. Und ja, aber damit ist alles bewiesen und ja, dann können wir uns jetzt schon mal den, erst mal den Tagesthemen widmen. Heute Journal, wissenschaftliches Heute Journal natürlich. Ja, Fridays for Future kriegen wieder mal eine Audienz bei Kanzlerin Merkel, Greta und Luisa, obwohl sie eben völlig weltfremd, total realitätsfern sind und einfach nur fordern und fordern. Und jetzt machen wir das mal ganz einfach, ohne tieferen hier in den Blick. CO2 breitet sich über die ganze Welt aus. Wenn jetzt Deutschland viel Geld aufwendet, ohne es durch das Wirtschaftswunder der Next Scientist for Future vorher geschenkt zu bekommen, also Geld aufwendet, jetzt wo Deutschland sowieso total wirtschaftlich angegriffen ist und finanziell angegriffen ist durch die Corona-Geschichte, nenne ich sie mal vorsichtiger, also durch das Thema Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona, ja, dadurch ist sozusagen es so, natürlich kann Deutschland jetzt den Vorreiter beim Klima machen, viel Geld dafür ausgeben, aber dadurch wird Deutschland in der Weltrangliste der wirtschaftlich erfolgreichen Nationen absteigen und die anderen Länder werden relativ aufsteigen, Deutschland eventuell sogar überholen, ja, denn die brauchen ja beim Klima nichts zu machen und sparen deswegen Gelder ein und haben dann einen wirtschaftlichen Vorteil und das CO2, das in Deutschland eingespart ist, wird sofort ersetzt durch CO2, das aus dem Ausland nach Deutschland kommt, also haben wir nirgendwo irgendwas gewonnen, und Professor Hans-Werner Sinn deutet ja sogar an, dass dann die Ölkonzerne auf das Signal hin, oh, Deutschland kauft kein Öl und Gas mehr, einfach dadurch werden die Preise sinken für Öl und Gas und die möglicherweise werden die Förderstaaten schneller ihr Öl aus der Erde holen, weil sie Angst haben, dass irgendwann Schluss sein könnte mit dem Verkauf von Öl und dadurch wird auf der Welt zu billigen Preisen noch mehr Öl und Gas gekauft und noch mehr verbrannt und dadurch steigt durch das Signal von Deutschland der CO2-Ausstoß in der Welt noch an. Also wenn, dann geht es nur so, wie es die Next Scientists for Future können. Sie erzeugen durch die Reformen, 20 Reformen, ein Wirtschaftswunder in Deutschland von 0,5 Billionen jährlich und verwenden dann davon einen bestimmten Prozentsatz für den Umbau in Richtung CO2-neutrales Deutschland und verpflichten aber sozusagen und sagen dann, ja, jetzt, liebe Welt, seht ihr, dass wir ein riesiges Wirtschaftswunder haben durch die 20 Reformen, wenn ihr diese 20 Reformen von den nextscientistsforfuture.de vom Weltrat auch haben wollt, müsst ihr euch auch verpflichten, den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für Klimaneutralität, Klimaneutralitätsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen aufzuwenden und ihr müsst euch dem Club der Willigen anschließen, USA, China und so weiter, und ihr müsst euch dann dem Club der Willigen anschließen, indem ein ganz hoher, hochpreisiger CO2 und andere Gase betreffender Emissionshandel, wenn, dann machen wir es gleich richtig, mit allen Gasen, mit alle, alles außer dem Ausatmen von Menschen, alles außer dem Ausatmen von Menschen wird dann ganz hoch bepreist, sozusagen, alle Luftschadstoffe, alle Stoffe werden generell ganz hoch bepreist und in diesen Club der Willigen darf man nur noch hinein importieren, also man darf in Richtung dieses Clubs der Willigen nur noch exportieren, wenn man eben selber Clubmitglied im Club der Willigen wird und so wird es dann so sein, dass also der harte Kern der erfolgreichsten Länder der Erde Importe aus dem Ausland nur noch duldet, wenn es diese Leute auch Club der Willigen sind und dann kriegen wir sehr schnell einen weltweiten Emissionshandel und sozusagen mit einem ganz hohen Preis und der Vorschlag geht ja auch in die Richtung dafür dann ganz viele andere Steuern zu senken aber und die Hauptsteuereinnahmen kommen dann in allen Ländern aus dem Emissionshandel und dadurch geht natürlich dann ganz zügig die Verbrennung sozusagen zurück und und das Öl bleibt in Zukunft im Boden und das Gas bleibt im Boden und so weiter aber das muss alles dann sehr schnell geschehen damit nicht sozusagen eine Spaltung entsteht der Club der Willigen mit dem Teuer und dann ist das dann der Rest der Welt wieder sagt ja Dankeschön wir kriegen jetzt ganz billiges Öl und billiges Gas wir machen gar nichts wir blasen jetzt einfach noch viel mehr CO2 als die Welt vorher ausgeblasen hat in unseren Regionen raus also da muss man dann schon aufpassen dass das nicht in die Hose geht und nicht nach hinten losgeht aber wenn dann können das die next scientists for future .de sonst niemand auf der Welt und ich hoffe dass Frau Merkel auch wieder den jungen Leuten Greta und Luisa gut zuredet so nach dem Motto ihr seid ja liebe Kinder aber ihr habt keine Ahnung und im Hinterkopf denkt ihr aber ihr habt keine Ahnung von der Welt und natürlich darf ich euch nicht folgen so naiv nicht folgen wenn dann müsste die Greta und Luisa jetzt Frau Merkel die next scientists for future .de mitbringen das wäre die einzige Realisierungschance für irgendetwas ja aber sie sind eben total weltfremd und total realitätsfern und das wird wahrscheinlich dagegen ist kein Kraut gewachsen leider ja wie gesagt Bodo Schiffmann hat auch wieder nochmal deutlich gemacht wie die Sachlage ist und Wolfgang Wudag und so weiter und Weißrussland habe ich ja schon erwähnt so viel zu den Tagesthemen und jetzt nochmal gehen wir es nochmal durch ja also wer auf dieser Liste draufsteht das ist einerseits ein Kompliment weil wer hier draufsteht der muss immerhin so interessant gewesen sein dass er überhaupt der Rede wert ist wer lauter Irrtümer im Kopf hat landet gar nicht in dieser Liste ja also insofern ist es ein Kompliment und es ist eine Kritik ich gehe es mal durch also bürgerliche Revolution Atlas Initiative Dr. Markus Krall der Glaube dass der freie Markt irgendwie eine positive Auswirkung auf die Menschheit hätte das ist der Zentral Irrtum ich habe ja eben gerade bewiesen dass freier Markt und freie Arbeitsteilung zur massenhaften Ausbreitung und Durchseuchung der Welt mit vorteilbringenden Irrtümern mit Viren des Geistes zur Folge hat und das können diese alle nicht sehen dafür haben sie einen blinden Fleck ja Markus Krall Hans Werner Sinn IFO Institut genauso die Wirtschaftsweisen auch der linkslastigste Professor Truger hat dafür einen blinden Fleck also die Wirtschaftsweisen der Sachverständigen Rat für und so weiter und demselben blinden Fleck hat Christian Felber seine Gemeinwohl Ökonomie würde uns die Probleme nicht lösen weil immer noch würden uns die ganze Welt überschwemmt werden mit den vorteilbringenden Irrtümern weil die Gemeinwohl bilanz an diesem Kernproblem des freien Marktes überhaupt nichts lösen würde ja und Richard David Precht mit dem er steht ja wirklich sozusagen für das bedingungslose Grundeinkommen von circa 1500 Euro die er immer öfters erwähnt erwähnt das ist da ist der Irrtum der dass das dazu führen würde ich deute es nur kurz an dass dadurch dann die Hauptschulabbrecherin 18 Kinder in die Welt setzt und dann auf ein sagen wir mal auf ein Monatseinkommen von 30.000 Euro pro Monat kommt für das in die Welt setzen von nicht lernfähigen nicht nicht bildbaren und beruflich nicht leistungsfähigen Kindern das würde unsere Volkswirtschaft total das würde ihr den Todesstoß versetzen über ein winziges bedingungsloses Grundeinkommen da kann man diskutieren wir haben ja ganz bewusst gibt es im Weltrat auch einen Professor der auch ein großes bedingungsloses Grundeinkommen vehement vertritt weil wir wollen das natürlich diskutieren aber ich habe ja eben schon angedeutet für ein großes bedingungsloses Grundeinkommen stehen die Karten sehr schlecht wenn man vernünftig ist die ökologisch demokratische Partei ist mittlerweile sehr links lastig geworden und also und und sozusagen neigt auch zu solchen Dingen wie Gemeinwohl Ökonomie Klima und und zwar alles undifferenziert ja in der undifferenzierten Variante und auch glaube ich die haben auch eine Sympathie für das bedingungslose Grundeinkommen und das ist dann so dass man sagen kann ist auch nicht mehr wählbar in dem Sinne ne ja und bei Sarah Wagenknecht Rainer Mausfeld Kevin Kühnert könnte man noch dazu zählen ja ist eben das große Problem dass sie nur umverteilen wollen und was passiert wenn ich also immer sozusagen Gelder verschieben will von reich nach arm dann passiert folgendes je höher ich hier belaste und je mehr ich Gelder dahin schiebe kriege ich wieder das Problem dass dann hier wieder mehr Kinder geboren werden und hier wahrscheinlich relativ noch weniger Kinder geboren werden im Hochleistungsbereich und dass dann also irgendwie alle Leute die sehr gut verdienen abwandern aus Deutschland und zurück bleibt ein wirtschaftlich nicht mehr wettbewerbsfähiges Deutschland mit Massen an Arbeitslosen und so weiter und mit niedrigsten Löhnen und dann haben wir aus Europa machen wir damit Afrika also insofern ist es halt sehr gut dass bis jetzt die Linken noch nie die Macht hatten wirklich diese großen Umverteilungspläne sozusagen zu machen denn die würden zum volkswirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands und Europas führen dann haben wir Nico Pech Postwachstum sein großer Irrtum ist dass er nicht erkennt dass die Leute konsumsüchtig kaufsüchtig und shoppingsüchtig sind durch den Mechanismus dass vorteilbringende Irrtümer die Lebensglück und Sexualität unterdrücken sich in der Evolution zwangsläufig durchsetzen mussten und wir eine Kultur der Glücks unterdrückung und der Sexualitäts unterdrückung auf der Welt haben und dass aus dieser unterdrückung ihre natürlichen Glücksquantitäten heraus die Menschen nicht aus Belieben konsumieren sondern weil sie süchtig sind suchtkrank sind sozusagen und da reicht ein Appell Richtung Suffizienz und Genügsamkeit nicht aus sondern wird wird ungehört verhallen weil die Leute das sieht man jetzt auch an dem Reise an der Reise Konsumsucht trotz Corona ja die Leute wollen konsumieren auf Teufel komm raus und und das wird kein netter Appell beenden können also Postwachstum und Degrowth gehen nur mit den Next Scientist for Future mit niemandem sonst weil sie die Konsumsucht beenden und die Konsumsucht beenden wird die Erde entlasten allerdings müssen wir gleichzeitig auch dafür sorgen dass wir die gesamte Überbevölkerung in Griff kriegen Stichwort ich habe es schon oft genannt mein Neugeborenes gehört mir und ich als Mutter entscheide ob das Neugeborene Leben oder ganz glückselig einschlafen soll ja und dadurch kriegen wir die Überbevölkerung in den Griff und dieses ständige Leiden an Hunger in der Welt in den Griff und wir kriegen eine gesunde Bevölkerungsreduktion und so weiter ich habe das ja auch schon oft beschrieben dann haben wir wie gesagt Scientists for Future ist der gleiche Irrtum wie bei Greta und Luisa das ist einfach dieses naive Irrtum als ob die ganze Welt sozusagen wenn Deutschland den Vorreiter machen würde sofort Deutschland imitieren würde das ist wohl eine Illusion und Dr. Professor Hans-Werner Sinn deutet eher an dass die Welt genau das Gegenteil machen wird so nach dem Motto Deutschland reduziert CO2 dafür können wir doch ein bisschen mehr CO2 ausstoßen und damit ist dann Deutschland das ruinierte Land ja dann Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung und Tamera wo ist denn Tamera da ist es Tamera und ZEG das sind Experimente die versuchen so ein Stück den Bonovo Kommunismus andeutungsweise zu leben aber scheitern immer wieder daran dass sie erstens nicht das Wissen der Next Scientist vor Future Punkt.de haben und deswegen immer wieder Probleme intern bekommen mit Eifersucht und ähnlichen kapitalistischen Gefühlen sozusagen sondern Schluck Wasser außerdem unterschätzen sie dass natürlich das umliegende sozialmarktwirtschaftliche System ja ständig diese vorteilbringenden Irrtümer auch in die Kommunenmitglieder hineinpresst die wieder dann dafür zu sorgen dass die dann doch wieder mit Verklemmtheit kämpfen mit sexueller Unterdrückung im Inneren im Geiste und mit Eifersucht kämpfen und so weiter weil das eben ständig unterrichtet wird von der umliegenden Gesellschaft und da deswegen sind Zeck und Tamera so unattraktiv dass ich dort nicht leben möchte auch wenn sie vielleicht noch die besten Experimente in diese Richtung sind noch zu erwähnen ist ja auch noch positiv dass ja auch die Schenker Bewegung der Jürgen Wagner öff öff ja Kommunenleben versucht aber ich weiß auch nicht ich glaube auch da ist es keine große Kommunenzahl ja das ist das Dilemma weil die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft so groß sind und immer wieder ein richtiges Bonobo kommunistisches Leben ja eigentlich immer mit aller Kraft torpedieren und unterminieren sozusagen durch die ganzen vorteilbringenden Irrtümer ja und zu Greta und Luisa gehören ja noch Karlau und Extinction Rebellion gehört noch dazu die also auch mit dem Irrtum Antreten der Bürgerstichprobe also man könnte so sagen die jetzige Politik ist niedrig effizient die Zufalls Bürgerstichproben würden eine mittlere Effizienz bringen eventuell aber die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme würde die Politik unter so einen straffen Zugzwang setzen dass daraus dann hocheffiziente Politik bekommt denn wiedergewählt wird nach Einführung der Wohlfühlstimme nur noch die Partei die sich die besten Berater aus aller Welt an ihre Seite holt und damit die besten Reformen aller Zeiten jeweils macht und damit kriegen wir mit dem Modell der Next Scientists Tests for Future also sozusagen die bestmögliche Politik Situation mit einem und die Wohlfühlstimme ist ja auch eine ständige Volksabstimmung ja und wir haben also dann eine maximale bestmögliche Demokratie also jetzige Politik weltweit ineffizient Bürger Innenversammlungen mittlere Effizienz möglich denkbar und Wohlfühlstimme als Totalreform Demokratisierung führt zur höchst effizienten Politik überhaupt da entscheide ich mich doch lieber für die Wohlfühlstimme als für irgendwelche Bürgerinnen Versammlungen die nur mittelprächtige Lösungen bringen können ja dann Butan Butans Bruttonationalglück die haben den großen Fehler gemacht dass sie sozusagen die erhobenen Daten nicht gekoppelt haben mit Verdienst mit Verdienst Zuschlägen und Verdienst Zuschlüssen deswegen ist im Endeffekt ihr Konzept relativ wertarm so dann haben wir Gradido ja da ist das Problem dass doch wie das die alle Reichen das Land verlassen werden bevor Gradido eingeführt wird weil das auch wieder einen sehr starken Umverteilungsaspekt hat auch mit dem bedingungsvollen Grundeinkommen also mit 50 Stunden Arbeit 20 Euro pro Stunde da werden sich alle Leute bedanken die gewohnt sind 10.000 Euro pro Stunde zu bekommen die werden dann das Land verlassen und so weiter die Nachdenkseiten ja haben nur leicht die Tendenz immer irgendwelches dunkle Interessen zu vermuten ja nein das einzige böse was wir auf der Welt haben sind freier Markt und freie Arbeitsteilung und die produzieren nicht sondern das produzieren tun die Irrtümer die das Naturgesetz von Mutation und Selektion produziert die Irrtümer und freier Markt und freie Arbeitsteilung sind die Multiplikatoren die sorgen dafür dass aus einem Irrtum ein Irrtum sich als Vorteil bringender Irrtum erweist und dann diese Vorteil bringenden Irrtümer die gesamte Menschheit überschwemmen und in die Irre führen in jeder Hinsicht das ist das was geschieht und das beschreiben die Nachdenkseiten nicht also ist es sozusagen nicht interessant genauso Ken FM und Attila Hildmann und Xavier Naidoo dadurch dass sie anderes als freien Markt und freie Arbeitsteilung als übel bezeichnen sozusagen sind sie nicht hilfreich in diesem Punkt sollten also von den Next Scientists for Future auch lernen dann haben wir hier die 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 ganze ESO Szene wo immer wieder Sendungen auftauchen Spirit ESO Spiritualität also ESO Spiro Guru Psycho Nahrungsergänzungs Gesundheitsgeschäfte und so weiter ja das kriegt ihr alles kostenlos ihr braucht nur die Materialien der Next Scientists for Future zu studieren da habt ihr kriegt ihr alles kostenlos und alles geschenkt wofür ihr hier Geld ausgeben müsst und bezahlen müsst und ihr kriegt das in viel besserer naturwissenschaftlicher Qualität alles kostenlos geschenkt das schenken euch alles die next scientists for future futter de und hier und hier werdet ihr großteils in die irre geführt weil diese leute keine fundierte naturwissenschaftliche grundausbildung haben und ich kann nicht genug warnen vor sozusagen dieser Szene Und ihr kriegt alles kostenlos geschenkt von den Next Scientists for Future. Ich verweise mal kurz darauf hin, zum Beispiel hier nochmal unser Tagesbild. Und hier haben wir zum Beispiel hier, ja, hier, da gibt es hier so, wie heißt das hier, ja, hier habt ihr Forum, wie nennt das sich, Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja, danke, aber wie, weltrat-der-weisen.sober.de, also findet ihr schon, wenn ihr googelt. Und außerdem findet ihr es in den Materialien, in den Next Scientists for Future auch Links dann dazu. Und da findet ihr zum Beispiel hier, wo ist es Gesundheits- und Tipps und Neues, Dr. Met Ludwig Manfred Jakob und so weiter, da kriegt ihr alles kostenlos. Und zwar wirklich die Wahrheit und nicht irgendwelche kommerziellen Irrtümer, also nicht irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer, die euch wieder nur zu Kaufkunden verwandeln. Und letztendlich eure Gesundheit eher in Gefahr bringen, als dass sie ihr Nutzen, ne. Ja, herzlich eingeladen, wer anderer Meinung ist, herzlich eingeladen, wir laden sie ein, gerade weil sie anderer Meinung sind, in unsere Talkshows Demokratie pur. Und das zeigt ja auch, dass das so relativ wenig wahrgenommen ist, zeigt das Dilemma unserer Welt. Jeder verbreitet seine irrtumsmäßige Heilslehre, seinen Aberglauben und verdient damit Geld und so weiter und will auch irgendwie gar nicht sich damit konfrontieren, dass andere, nämlich die Naturwissenschaft, ihnen sagen könnte, wo sie sich überhaupt alle irren. Ja, da scheint kein großes Interesse zu sein, sondern ihr als Zuhörer und Zuschauer könnt euch nur entscheiden, einfach zu sagen, hier, ich studiere jetzt endlich NextScientistForFuture.de in ganz ausführlich, denn dort, nur dort gibt es Wahrheit, Naturwissenschaftliche Wahrheiten und überall sonst haben wir wirklich nur die Welt der Irrtümer, des Aberglaubens, der Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer bei Corona und so weiter. Und ja, insofern, ich glaube, das war es schon wieder mit der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi mit den Tagesthemen, mit dem wissenschaftlichen Heute-Journal. Tschüssi bis bald und ich hoffe, ihr erkennt nach und nach, dass alles andere euch in die Irre führt, sonst nirgends hin. Lernt endlich, dass echte Naturwissenschaft und ganzheitliche Naturwissenschaften sozusagen, Physik plus Chemie plus Biologie inklusive alle Varianten von Psycho- und Soziobiologien, dass nur dort Wahrheit liegt, also naturwissenschaftliche Psychologie noch eingeschlossen, alles andere Irrwege, Illusionen, Aberglauben, Vorteilbringende Irrtümer, Vorteilbringende Irrtümer, die uns alle in die Irre leiten. Also im Prinzip, Aberglaube und Irrtum ist, fußt alles, alles ist, fußt auf diesen Vorteilbringenden Irrtümern, die die ganze Welt überschwemmt haben. Macht euch davon frei, von all diesen Vorteilbringenden Irrtümern. Tschüssi bis bald. Tschüssi bis bald.